Auf seine Wildblumenwiese ist Naturgärtner René Schindler besonders stolz. Im Herbst vergangenen Jahres angelegt, stand sie im Sommer in voller Pracht. Im ersten Jahr sieht sie natürlich meistens so aus, egal was man für Substrat hat. Aber ab dem zweiten Jahr ist natürlich dann meistens die Blütenpracht verschwunden unter Gras. Ist mir unter anderem am Anfang auch schon passiert, also bitter daraus eigene Erfahrungen, selbst daraus gelernt. Es war natürlich in dem Moment sehr ärgerlich, weil man sich sehr viel Mühe gegeben hat, weil man angefangen hat, da den Boden wegzustechen und alles. Und dann Saatgut gekauft hat für teuer Geld und dann am Ende eigentlich im zweiten Jahr sich mehr erhofft hat. Also eine wiederkommende Blumenwiese und am Ende war es eigentlich nur noch ein Stück Gras. Und deswegen kann man es ja auch anders machen. In seinem Naturgarten zeigt René, was man für eine dauerhafte Blumenwiese tun muss. Erster Schritt, Boden abstechen. Wenn es längerjährig funktionieren soll, kommt man so nicht drum rum. Der Boden in unseren Gärten ist in der Regel zu nährstoffreich. Darauf wachsen auch in der Natur keine Wildblumenwiesen. Die Wildblumenwiesen sind ja nur so entstanden über jahrelange Mat von Bauern, die immer wieder Nährstoffe in dem Moment mit Heuernte und so weiter runtergenommen haben. Und damit magert sich der Boden natürlich automatisch ab. Und somit ist die Artenvielfalt entstanden, die wir auf diesen Blühwiesen haben. Und die kann natürlich auf so einem Boden, der jetzt zum Beispiel am besten noch überdüngt ist oder vorher straff gedüngt wurde, kann die natürlich so gar nicht existieren. Weil sich da massiv die Gräser durchsetzen dominant und die Wildblumen komplett verschwinden. Also abmagern. Zum Abmagern nutze ich in dem Moment Sand, um den Boden abzumagern. Man kann natürlich jetzt in dem Moment aus dem Baumarkt überall Spielsand nehmen oder den gewaschenen Sand. Der ist ja aber in dem Moment natürlich relativ preisintensiv. Eine günstige Alternative ist Recycling-Sand, der auch Ressourcen schont. Das waren mal alte Ziegel. Die sind alle, wie gesagt, durch den Häcksler. Jetzt sind sie halt nur noch Ziegelsand. Und damit wird einfach der Mutterboden, den wir haben, mit dem Sand nochmal vermischt. Und damit haben wir dann künstlich sozusagen den Boden abgemagert. Nach dem Abmagern kann ausgesät werden. Da ist Sparsamkeit auf alle Fälle falsch am Platz. Hier haben wir natürlich in dem Moment ein heimisches Saatgut, also was halt auch hier in der Region passt. Dass die Pflanzen sich natürlich auch mit der Witterung und dem Klima zusammen entwickeln können. Also dass sie im nächsten Jahr dann auch wiederkommen. Viele Wildkräutersamen benötigen zum Keimen einen Kältereiz. Deswegen kann man auch gut im Herbst aussehen. So stehen die Chancen gut für eine mehrjährige Blumenwiese.